Planlos kann man auch das nennen, was die Spieler von Steven Gerrards neuem Verein in Saudi-Arabien fühlen. Ein Trainingsvideo geht jetzt so richtig viral. Vor einigen Wochen wurde die Liverpool-Legende ja als neuer Trainer bei Saudi-Club Al-Etifak vorgestellt. Im Training herrscht allerdings noch das Motto Lost in Translation. Der Spieler hier neben ihm hat aber mal so gar keinen Plan, was sein Chef will. Am Ende beschwert sich Gerrard auch noch über die fehlende Kommunikation. Dabei hatte er doch im Vorfeld so fleißig Arabisch gelernt.